Wild schießt Hoffnung ins Kraut und Ende 1991 ist man komplett. Matthias Lewy Gesang, Rainer Schams Trompete, Frank Nebel Tenorsaxophon, Dieter Mieske Posaune, Christoph Zielke Keyboards, Micky Hennemann Gitarregesang, Klaus Eichner Bass und Jürgen Langer Schlagzeuggesang. Bassmensch Eichner übernimmt angesichts dieser großen Besetzung die Erarbeitung der Arrangements. Um eine richtige Ska-Band zu werden, beschließen die acht Skarshipper, 10 bis 12 Songs nachzuspielen, um sich danach am eigenen Material zu versuchen. Die Cover-Favoriten stammen hierbei unter anderem von Mark Fogos, Scasters, El Casino Royale oder den Toasters. Parallel hierzu kombiniert Micky Titel wie Skatotal, Mensch oder Tier, Janine, Safer Sex und Skarship. Nicht unberücksichtigt bleiben Eier Harrys Werke. Wo seid ihr geblieben und zerstört? Christoph und Micky besuchen in Wolfsburg einige Skarkonzerte, um sich in der Szene zu informieren. Diese Musik besitzt eine spezielle Fangemeinschaft und in den alten Ländern existieren regelrechte Skarklubs. So erscheint ihnen für die Zukunft eine gute Auftragslage als realistisch. Am 3. Februar 1992 findet die erste von lediglich drei Proben statt. In einer miserabel geheizten und leer stehenden Produktionshalle auf dem Schönebecker Traktoren-Werkgelände treibt ein brachialer Sound Micky buchstäblich die Tränen in die Augen. Diese Probe fällt aufgrund des Berufsgebläses recht professionell aus. Die Notenblätter für Trompete, Sachsemann und Posaune werden ausgeteilt und abgeht die Post. Matthias, ey, es war unglaublich. Menschen, welche sich vorher nie begegnet waren, machten von einem zum anderen Augenblick zusammen Musik. Als Spitt in Polish zu Ende gespielt wird, schaut der Posaunist in die Runde. Mit hoch errötetem Gesicht gibt er zu verstehen. Was war das denn? Mir brechen die tiefen Töne ab. Dann blickt er zum Drummer, um sich bei ihm nach dessen Rhythmusgefühl zu erkundigen. Und ja, es liegt an Jürgens metrischen Schwierigkeiten. Es klänge alles wie Blasmusik. Er möge doch erst einmal mit einem Drumcomputer üben, um zu lernen, das Metrum zu halten. Danach will Bassist Iljic vom Keywater wissen, welche Harmonie er im zwölften Takt gegriffen hat. Christoph antwortet mit A-Moll. Das sei definitiv inkorrekt. Denn hierbei handelt es sich um eine F-Dur Major 11-7 Harmonie. Chris setzt die Finger abermals aufs Manual, doch sie scheinen nicht die treffenden Tasten treffen zu wollen. Sein Instrument mittlerweile zur Seite gestellt, steht der Basser schon am Zynti. Er zeigt einem perplexen Zielke den Fingersatz, worauf dieser sich fast die rechte Hand zu brechen scheint. Der vereinfachte Ohrgegriff würde ihm schon reichen, gesteht Herr Eichner zu. Aber selbst damit weiß Chris wohl nichts Rechtes anzufangen. Kleinlaut stellt er die Frage, apropos, wie heißt eigentlich der Du-Akkord im letzten Takt vor der Bridge? Recht brüst, bekommt er vom Bassisten zu hören. Der Du-Akkord vor der Bridge heißt F-Moll. Jene ungewohnte und dem einen und anderen zu professionell erscheinende Arbeitsmethodik lässt gewisse Zweifel an der eigenen Virtuosität aufkommen. Diesem Leistungsstress nicht mehr gewachsen verlässt als erster der Keyboarder die Band. Ihm folgt der Sängerknabe. Wochenlang ist man um Ersatz bemüht. Letztendlich alles ohne Erfolg. Obendrein verliert Skarship im Sommer auch noch die Räumlichkeit. Die alte Werkhalle soll rekonstruiert werden.